Ja, schön euch alle hier zu sehen, soweit ich euch sehen kann. Die anderen sind aber auch herzlich gegrüßt, die auf YouTube den Gottesdienst verfolgen. Ja, wir sind im Buch der Sprüche, Kapitel 14 und wir wollen heute nur einen Vers betrachten, im Vers 5 und eigentlich wollte ich den letzte Woche schon mit einbeziehen, weil er so schön das Ganze auch abrundet und irgendwie hat es dann nicht gepasst und war dann auch zu viel und jetzt können wir die ganze Zeit jetzt hier bei der Betrachtung des Wortes und beim Nachdenken über das Wort Gottes können wir uns ganz diesem Vers widmen, der auch so wichtig ist. In Kapitel 14 hatten wir von der Gradheit des Weges gesprochen, wer seinen Lebensweg in Gradheit geht und was darunter zu verstehen ist, wie Gott uns zeigt, was ein gerader Weg ist, nicht die krummen Wege zu gehen, auf Abwege zu geraten, sondern einen geraden Weg zu gehen. Dass wir das nicht missverstehen sollen im Sinne eines, einfach nur eines bürgerlichen Lebens, sondern dass es vielmehr bedeutet, mit aufrichtigem Herzen, in reinem Gewissen und ja, wirklich geleitet auf dem Weg Gottes, Jesus nachfolgen, dranbleiben, im Licht wandeln, all diese Dinge, die mit Gradheit verbunden sind, und dass das Ausdruck einer Ehrfurcht vor Gott ist, dieses gerade Leben. Wer Gott ernst nimmt, der untersucht seinen eigenen Weg und der richtet seinen Weg aus. Der geht nicht einfach so dahin, der lässt sich nicht einfach nur treiben, sondern er nimmt es genau, er nimmt es ernst mit seinem Weg. Und dann haben wir gesehen, dass Gott uns ruft, dass Gott Arbeiter ruft für seine Ernte, dass wir Leute brauchen, die arbeiten in der Ernte, Ochsen und Rinder, die auch ihr Futter kriegen sollen. Gott möchte uns ausrüsten, uns stärken und uns rufen dazu, hineinzugehen in seine Ernte, um reichlichen Ertrag zu sammeln für das Reich Gottes. Getrieben von der Liebe Gottes, getrieben von dem, was Gott bewegt, was Jesus auch bewegt hat, wenn er die Menschen sieht, die verschmachten und erschöpft sind, weil sie wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Und dann ist dieser Vers 5 hier, passt hier wunderbar hinein, weil er nochmal deutlich macht, wie wichtig das ist, in Gratheit zu wandeln, gerade auch als Arbeiter in der Ernte Gottes. Da steht nämlich in Vers 5 von Kapitel 14, ein treuer Zeuge lügt nicht, aber ein falscher Zeuge bringt Lügen vor oder schnaubt Lügen. Alles, sein ganzer Atem ist von Lüge erfüllt. Er bringt Lügen hervor, Lügen kommen aus seinem Mund hinaus, geschleudert. Aber ein treuer Zeuge lügt nicht. Lüge und Wahrheit. Wahrheit oder Lüge. Ein Thema, was uns heute unglaublich beschäftigt und bewegt. Ist das wahr oder falsch? Fake News. Ist das echt? Ist das wirklich wahr? Ich glaube nur, was ich sehe, aber das, was du siehst, ist nicht unbedingt wahr. So viele Menschen, die sich leiten lassen von Lügen, die von Lügen an der Nase herumgeführt werden. Uns wird so viel vorgemacht. Und dann entsteht dann die Frage, was ist Wahrheit? Eine Frage, die auch in der Bibel gestellt wurde, an ganz prominenter Stelle. Pontius Pilatus, als Jesus vor ihm stand, dem römischen Richter, dem römischen Stadthalter, stellt er diese Frage. Was ist Wahrheit? Warum stellt er diese Frage? Weil Jesus von der Wahrheit spricht. In Johannes 18 steht Jesus vor Gericht. Er wurde angeklagt und vor Gericht gestellt. Und hier vor dem römischen Richter ist natürlich die wesentliche, die Hauptanklage, das, was den Pilatus auch hauptsächlich interessiert, ist, ist dieser Jesus eine Gefahr, ist er eine Bedrohung für die römische Herrschaft, für die römische Macht. Und Jesus sagt in Vers 36 von Kapitel 18, mein Reich, meine Herrschaft ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Es ist kein irdischer Kampf, den ich hier kämpfe. Ich bin hier nicht einfach jemand, der die Herrschaft an sich reißen will. Meine Herrschaft ist nicht von dieser Welt. Es hat eine ganz andere Qualität. Da antwortet ihm Pilatus, da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Er will irgendwo einen Punkt finden, wo er zugreifen kann, wo er sagen kann, okay, jetzt habe ich ihn. Jetzt hat er sich verraten. Er will unbedingt sicher gehen, dass dieser Jesus keine Gefahr für die römische Herrschaft ist. Und so verhört er ihn und sucht einen Weg und fragt, ob da nicht doch irgendetwas ist, was ihn gefährlich macht, wo man ihn verurteilen muss und hinrichten muss. Jesus antwortete, Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jesus spricht davon, dass er Zeuge ist, ein treuer Zeuge, der für die Wahrheit Zeugnis ablegt, der die Wahrheit bezeugt. Er spricht von der Wahrheit. Und er sagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, der die Wahrheit liebt, der hört meine Stimme. Darauf hat der zynische, römische Herrscher Pilatus dann diese Antwort parat. Was ist Wahrheit? Wisst ihr, Jesus legt Zeugnis für die Wahrheit ab und er setzt tatsächlich sein Leben ein für diese Wahrheit. Er ist der treue Zeuge. So steht es in Offenbarung 1, Vers 5. Jesus Christus, der treue Zeuge. Aber Pilatus tut das mit so einer abwertenden Handbewegung ab. Er sagt, was ist schon Wahrheit? Und so ist es heute auch in unserer Gesellschaft. Über viele Jahre ist in dieser Gesellschaft, in den Schulen, auf den Universitäten, in den Medien. Überall wird uns etwas gepredigt, eine Geisteshaltung, die sich weit verbreitet hat im ganzen Volk. Das ist diese Haltung. Was ist Wahrheit? Es gibt keine Wahrheit. Jeder hat so seine eigene Wahrheit. Man kann nicht, es kann ja nicht alles wahr sein, was Leute für wahr halten. Also, damit wir keinen Streit haben, denn wenn man mit seinem Wahrheitsanspruch aufeinander trifft und der eine sagt das und der andere sagt das, dann fangen wir an, uns die Köpfe einzuschlagen. Dann lass uns doch lieber sagen, es gibt keine Wahrheit. Dann sind wir alle friedlicher. Dann hast du deine Meinung und ich habe meine Meinung und was wirklich wahr ist, das interessiert uns gar nicht. Aber wir kommen so nicht aus der Nummer raus und wir leben inzwischen in einer Zeit, wo es wieder sehr wohl viele Leute interessiert, was Wahrheit ist. Sie stellen in Frage, ob das, was ihnen allgemein präsentiert wird, die Wahrheit ist. und es wird nach alternativen Wahrheiten gesucht. Man gibt sich nicht mehr mit dem zufrieden, was allgemeingültig als wahr angesehen wird. So befinden wir uns in einem heftigen Streit um die Wahrheit. Wer sagt jetzt wirklich die Wahrheit? Wer kann uns wirklich sagen, was wahr ist? Jesus ist der treue Zeuge. Er spricht von sich aus. Er sagt von sich aus, ich gebe Zeugnis von der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Was sehen wir als Wahrheit an? Was bedeutet dieser Begriff Wahrheit? Was bedeutet der Begriff Lüge? Vielfach denken wir erstmal so, es geht um diese Sache. Es geht um die Frage, ob das, was ich sage, was ich berichte, ob das mit den Tatsachen übereinstimmt. Ist das, was ich erzähle, wahr? Dann frage ich danach, hat sich das so ereignet? Wenn ein Zeuge vor Gericht geladen wird, dann wird er gesagt, sie sollen die Wahrheit sprechen. Beschwören sie die Wahrheit zu sprechen und nichts als die Wahrheit? Ja, ich schwöre. So wahr mir Gott helfe. Und der Richter ist interessiert daran, die Wahrheit zu hören. Er will wissen, was ist passiert. Was sind die Tatsachen? Und der Zeuge berichtet von dem, was er gesehen, gehört hat, was er wahrgenommen hat. Und ein treuer Zeuge wird keine Lügen erzählen. Er wird die Wahrheit sprechen. Er wird das sagen, was er gesehen und gehört hat, was er wahrgenommen hat. Ein Zeuge, ein Lügenzeuge dagegen, ein Lügner, der wird die Wahrheit verdrehen. Er wird vielleicht Dinge weglassen, verändern, vielleicht dem Ganzen eine falsche Akzentuierung geben. Er wird vielleicht Dinge hinzufügen, die gar nicht passiert sind. So sehen wir Wahrheit und Lüge. Aber es gibt tatsächlich auch ein Lügen, ein lügnerischer Zeuge, ein Betrüger, einer, der uns täuschen möchte, der aussagt und seine Aussage ist 100% richtig. Die Dinge, die er erzählt, entsprechen der Wahrheit. Und trotzdem ist seine Aussage eine lügnerische Aussage. Es gibt ein wunderbares Beispiel dafür in 1. Mose 3. Und es ist eine Art Gerichtssituation. Ein Richter befragt den Angeklagten. Und der Angeklagte bringt ein Zeugnis hervor. Er legt Zeugnis ab. Er ist Zeuge. In 1. Mose 3, nach dem Sündenfall, steht in Vers 9, Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, Wo bist du? Da sagt er, Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Da sprach, Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Schlichte, einfache Frage. Der Richter fragt, Hast du von dem Baum gegessen, von dem du wusstest, dass du nicht davon essen darfst? Und der Angeklagte hier, der Zeuge, sagt, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Hat dieser Zeuge gelogen? Ist das eine Lüge hier? Nein. Er sagt die Dinge, die der Wahrheit entsprechen, die den Tatsachen entsprechen. Und dennoch ist sein Zeugnis ein falsches Zeugnis. Er ist ein falscher Zeuge. Warum? Weil er die Wahrheit so darstellt, wie es aus seiner Intention, aus seiner bösen Intention herauskommt. Er ist noch ein ganz junger Sünder. Er ist noch ganz unerfahren darin, wie man lügt. So wie ein kleines Kind kommt er mir hier vor. Und dennoch, auch bei den kleinen Kindern wissen wir das. Auch sie haben diesen Trieb. Wenn sie merken, sie haben etwas falsch gemacht, dann wollen sie das verstecken. Und das ist der Antrieb, den Adam hier jetzt treibt. Er will seine Sünde verstecken. Er hat getan, was verboten war. Er hat das getan, was Gott ihm gesagt hat, was er nicht tun soll. Und er weiß, das wird heftige Konsequenzen haben. und er versucht jetzt mit seiner Zeugenaussage das Ganze in so ein Licht zu stellen, dass vielleicht die Auswirkungen nicht so schlimm sind. Dass der Blitz jemand anders trifft als ihn. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir. und dann habe ich gegessen. Die Intention ist böse, sie ist sündhaft. Es geht darum, ich will meine eigene Haut retten. Dieser Mann ist nicht von Liebe geleitet, nicht von der Agape Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist nicht in ihm. Er ist geleitet von diesem sündhaften Trieb, ich muss mich selber schützen, ich muss für mich selber sorgen, ich bin mir selbst der Nächste. Wenn ich das nicht mache, dann wird es mir übel ergehen. Ich muss irgendwie einen Weg finden, wie ich aus der Nummer hier rauskomme. Und was ist der Weg? Die Lüge. Weil die Lüge ist ja schon der Ursprung der Sünde. Denn der, der Adam und Eva zur Sünde verführt hat, ist ein Lügner von Anfang an. Und die Art und Weise, wie er Adam und Eva zur Sünde verführt hat, ist die Lüge. Und die Lüge fängt damit an, dass er die Dinge verdreht, dass er Gott zitiert, aber falsch zitiert, dass er in Frage stellt, was hat Gott eigentlich gesagt, dass er durcheinander bringt, das was eigentlich klar ist, was auf der Hand liegt, was offensichtlich ist, er verdreht es und sagt, es könnte doch auch ein bisschen anders sein. Es gibt doch auch alternative Sichtweisen. Gott muss doch gar nicht der gute Gott sein, der liebende Vater. vielleicht ist er sehr selbstsüchtig und will gar nicht das Beste und so sät der Teufel seine Zweifel und führt die Menschen dazu, diesen Schritt zu gehen, hinaus zu gehen aus der Gemeinschaft mit Gott, aus der Gemeinschaft mit der Quelle des Lebens und der Liebe, um dann für sich selbst zu leben, auf sich selbst bezogen, sich selbst das zu geben, was er braucht. Nicht mehr abhängig, ich bin nicht mehr abhängig von Gott, ich baue mein eigenes Königreich, ich bin mein eigner König, aber es endet böse, es endet im Verderben. Er kann nicht König sein, ohne angeschlossen zu sein an die Quelle des Lebens, an die Quelle der Liebe. Er wird ein Dispot, er wird ein Tyrann, der sich selbst und sein Königreich zerstört. So ist der Mensch unter der Herrschaft der Sünde und er wird zu dem, was der Teufel ist, er wird zum Lügner. Nicht darin und wie gesagt, die Lüge besteht nicht darin, dass er einfach nur die Tatsachen falsch darstellt, nein, er sagt alles so, wie es gewesen ist. Die Lüge ist aber viel tiefer. Sie liegt im Herzen, sie kommt aus dem Herzen, sagt Jesus. Das falsche Zeugnis kommt aus dem Herzen, aus dem bösen Herzen, aus dem unreinen Herzen kommt es hervor. Von der Sünde geleitet, Selbstschutz und wir sagen, ja, das ist doch okay, eine Notlüge als Selbstschutz ist doch in Ordnung. Für Gott ist es nicht in Ordnung. Es macht die Wahrheit, zerstört die Wahrheit und die Wahrheit ist Kraft, hat Kraft. Jesus hat das mal so gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Die Wahrheit macht uns frei. Aber Adam sieht die Wahrheit als Bedrohung. Wir sehen in unserer Sünde die Wahrheit als Bedrohung. Wir haben Angst davor, weil unser Fleisch gottlos ist, sich gegen Gott gestellt hat und so haben wir Angst vor der Wahrheit. Wir wollen uns der Wahrheit nicht stellen, weil die Wahrheit ans Licht bringt, dass wir Sünder sind und damit unser Urteil feststeht. es geht um die Intention, um unser Herz in der Lüge und dann zeigt sich die Lüge dann aber auch in dem, dass wir Meister werden darin, die Wahrheit in ein anderes Licht zu rücken, die Wahrheit zu verdrehen, Täuschung hinein zu bringen, von kleinen Veränderungen, von kleinen Weglassungen bis hin zu den frechesten, dreistesten Lügen, die wir erzählen. Dagegen steht die Wahrheit und wisst ihr, die Wahrheit wäre in dieser Situation vielleicht gar nicht anders. Wenn Adam in diesem Fall hier die Wahrheit gesagt hätte, dann hätte er es vielleicht so gesagt. Ja, Vater, ich habe von der Frucht gegessen, von der du gesagt hast, ich soll nicht davon essen. Ja, meine Frau, sie hat mir von dieser Frucht gegeben. Ich habe nicht darauf aufgepasst, dass meine Frau nicht von dieser Frucht ist. Ja, ich habe die Liebe zu meiner Frau höher geachtet als die Liebe zu dir, zur Wahrheit, zu dem Guten. Ja, es ist wahr, ich habe von dieser Frucht gegessen, obwohl du mir gesagt hast, ich soll davon nicht essen. Ich bin schuldig. Ja, es ist so, wir Menschen, wir sind geprägt von der Lüge. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier weitermache. Bin ein bisschen durcheinander gerade gekommen. Okay, es gibt auch noch etwas anderes, was uns zu falschen Zeugen machen kann. Das ist unsere Begrenzung, unsere Unfähigkeit, das ganze Bild zu sehen. Manchmal ist es so, dass wir es gut meinen und wir wollen gute und treue Zeugen sein, aber die Sünde macht uns stolz und überheblich und wir sagen und wir denken, dass wir die Wahrheit gepachtet haben. Ich alleine weiß, was wahr ist und dann vergessen wir, dass unsere Wahrnehmung sehr eingeschränkt ist. Wir sind eben nicht Gott. Wir sind nur kleine Menschen, die fehlbar sind. Ich kann mich auch täuschen. Ich kann mich auch getäuscht haben. wenn ich das über die Lippen bringe, dann entwerte ich mein eigenes Zeugnis. Das möchte ich lieber nicht machen. Nein, ich setze alle Überzeugungskraft rein und sage, nein, das habe ich gesehen, das habe ich gehört, genau so ist es gewesen. Und ich werde plötzlich zum falschen Zeugen, weil ich in falscher Selbstsicherheit lebe. Und denke, ich alleine habe die Wahrheit gepachtet. Dadurch kann ich auch zum falschen Zeugen werden, wenn ich nicht akzeptiere und anerkenne, dass ich Grenzen habe. Gott hat das so gemacht, er sagt es in seinem Wort und es ist etwas, was auch in unserer heutigen Rechtsprechung ganz normal ist, in unserem alltäglichen Wandel auch etwas ist, was du eigentlich normalerweise oft auch berücksichtigt, jedenfalls wenn es darum geht, wenn es um die Frage geht, ob jemand anderes die Wahrheit spricht oder lügt, das ist, finden wir, ein Prinzip, das auch in der Bibel häufig Erwähnung findet, ist in 5. Mose 19. Und zwar ist der Ausgangspunkt in der Rechtsprechung in Bezug auf die Todesstrafe. Denn ein Mörder, der einem anderen Menschen das Leben nimmt, hat sein eigenes Recht auf Leben verwirkt, sagt Gottes. Wenn ich mich mir anmaße, jemand anderes das Leben zu nehmen, dann soll mir selbst das Leben genommen werden. Wenn ich mich zum Herr überleben und Tod mache, dann muss ich den fürchten, der tatsächlich der Herr überleben und Tod ist. Und er hat in seinem Volk Israel diese Regeln und diese Gesetze aufgestellt, aber er sagt, das ist natürlich so eine Sache und darüber ringt man ja heute und man sagt, deswegen müssen wir Todesstrafe das ist ja unmenschlich nachher trifft es jemanden, der nicht schuldig ist. Und wenn man jemanden tötet, der nicht schuldig ist, das ist ja die höchste und schlimmste Ungerechtigkeit, die jemals passieren kann. Das dürfen wir nicht tun, wir sind nicht dazu berechtigt. Gott hat das in seinem Wort auch zumindest bestimmte Aspekte davon aufgenommen. hat gesagt, ein 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 Einzelner darf nicht über den Tod eines anderen Menschen entscheiden. Die Zeugenaussage eines einzelnen Menschen reicht nicht. Es muss tatsächlich auch tief ergründet werden, dass derjenige schuldig ist. Und so steht hier in Kapitel 19 Vers 15 Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten und hier wird es ausgeweitet, nicht nur auf die Fragen von Leben und Tod, sondern grundsätzlich in allen Rechtsfragen soll nicht aufgrund einer einzelnen Zeugenaussage entschieden werden. Warum nicht? Weil ein einzelner Zeuge kann sich täuschen. Oder er ist ein Lügen Zeuge, der ganz trickreich die Wahrheit verdreht. Ein einzelner Zeuge reicht nicht. Wir sagen dann heute, es steht Aussage gegen Aussage. Aber wenn du einen weiteren Zeugen hast, nicht nur eine Aussage, sondern zwei und darum geht es hier. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht. Nur auf Zweierzeugen Aussagen oder auf Dreierzeugen Aussagen hin soll eine Sache gültig sein. Ein Grundprinzip, was durch die ganze Bibel hindurch immer wieder angewandt wird und Anwendung findet. Es sollte für uns ein wichtiges Prinzip bei dem Ergründen der Wahrheit sein. Frage einen weiteren Zeugen, suche einen weiteren Zeugen und zwar einen Zeugen, der unabhängig von dem anderen das bestätigen kann, was die Wahrheit ist, was Tatsache ist. Also das soll eine Hilfe sein und das bedeutet auch für mich, wenn ich meine, ich weiß, was die Wahrheit ist, ich habe es noch gesehen, ich habe es erlebt, ich weiß es. Geschwister, wir können nicht alleine auf uns selbst vertrauen. Ich brauche einen weiteren Zeugen, jemand, der das bestätigt, was ich sage. Wir sollten kritisch mit uns selber sein. Vielleicht habe ich mich getäuscht. Selbstkritik ist etwas ganz Wichtiges in Bezug auf die Wahrheit. Damit ich nicht zum falschen Zeugen werde, zum Lügen zeugen, sollte ich meine eigene Sichtweise überprüfen lassen, gibt es vielleicht noch jemanden, der das bezeugen kann, der das auch damit übereinstimmen kann, mit dem, wie ich das sehe. Und zwar nicht einer, der mir immer nach dem Mund redet oder einer, der dieselben Informationsquellen hat, wie ich, sondern vielleicht mal wirklich jemand anders. Wir suchen uns ja immer Gleichgesinnte und sind dann schön in unserer Bubble. Nein, es ist auch wichtig, andere zu hören, sich damit auseinander zu setzen, was jemand sagt, etwas mir eine Sichtweise anzuhören, die mir vielleicht nicht so in den Kram passt. Also zwei oder drei Zeugen ist ein wichtiges Prinzip, aber durch zwei oder drei Zeugen kann noch nicht unbedingt die Wahrheit ans Licht kommen. Das heißt nicht, dass du garantiert die Wahrheit hast, wenn zwei oder drei Zeugen übereinstimmen. Genauso kann es auch sein, wenn du nur einen Zeugen hast, dass dieser Zeuge ein treuer Zeuge ist und tatsächlich die Wahrheit spricht. Du kannst es nur nicht, ja, du hast halt nicht diese Möglichkeit, das zu überprüfen. Zumindest nicht auf dieser Grundlage mit den zwei oder drei Zeugen. Aber es gibt auch zwei oder drei Zeugen, die lügen können. Wir sehen das im Prozess von Jesus. Da wurden auch eine Menge falscher Zeugen aufgeführt und die haben sich auch teilweise dann widersprochen und insofern war ihr Zeugnis dann nicht gültig und hat keine Beweise herbeigebracht. Aber es gab dann auch Zeugen, die übereinstimmend Dinge behauptet haben. Auch bei Stephanus sehen wir das, bei dem Prozess von Stephanus in Apostelgeschichte 7 oder 6 und 7. Auch dort werden falsche Zeugen angeführt, die auch übereinstimmend sind in ihrem Zeugnis und dennoch war es nicht wahr, weil es nicht mit der richtigen Intention, mit der richtigen Gesinnung vorgebracht waren. Es waren falsche Zeugen. Ja und sie haben vielleicht sich abgesprochen oder wie auch immer. das Problem kann nicht unbedingt gelöst werden durch zwei oder drei Zeugen. Letztendlich geht es darum, dass wir ein tiefer gehendes Fundament für Wahrheit haben. Wie gesagt, etwas, was im Innern stattfindet, was im Innern ist. Es gibt diesen Vers in Offenbarung 1, Vers 5, dass Jesus der treue Zeuge ist. Und das führt uns zu Gesprächen. Jesus hat immer wieder mit Leuten darum gerungen, die das in Frage gestellt haben, was er gesagt hat, was er auch über sich selbst gesagt hat. Und die Dinge, die er über sich selbst gesagt hat, sie sind krass. Er sagt, ich bin gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. Er hat sogar noch mehr gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist eine Person. Und das haben vielfach Leute in Frage gestellt. Und Jesus hat viel mit Leuten auch über diese Fragen an mehreren Stellen. Zum Beispiel in Kapitel 5, da gehen wir nochmal hin. Und da steht in Vers 31 Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Da bezieht sich Jesus auf diese Regeln. Eine Sache muss durch zwei oder drei Zeugen belegt werden. Wenn ich einfach nur selbst etwas behaupte, dann wird es noch nicht als Wahrheit erkannt, dann wird es noch nicht anerkannt. Da sagt Jesus, ein anderer ist es, der von mir zeugt und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt, es gegeben. Er hat gesagt, Jesus ist tatsächlich der, von dem Gott zu mir gesprochen hat, dass er kommen soll, der Messias, der Sohn Gottes. Und ihr aber, nee, Vers 34, ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Lampe, ihr aber wolltet für eine Zeit nur in seinem Licht fröhlich sein. Jesus sagt, ich, mir liegt nichts daran, an diesem Zeugnis von einem Menschen. Für mich gibt es höhere Zeugen, wichtigere Zeugen. Menschen können sich täuschen, Menschen können irren. Ich nehme mir dieses Zeugnis gar nicht an, aber weil ihr menschliche Zeugen braucht, weil ihr einen menschlichen Zeugen haben wollt, okay, ich nenne euch Johannes. Er ist ein Zeuge für das, was ich euch zu sagen habe. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist, als das des Johannes, Vers 36. Denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollende, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und hier kommen wir zu einer ganz wesentlichen Komponente, was einen treuen Zeugen ausmacht. Ein treuer Zeuge lügt nicht und das zeigt sich in seinem Leben. Sein Leben stimmt überein mit dem, was er sagt. Er ist kein Lügen Zeuge, weil er das tut, was er sagt. Er ist treu und und da sind wir wieder in dieser Gradlinigkeit. Er ist treu dem, was er auch verkündigt. Jesus sagt, meine Werke zeigen das. Gott hat mir diese Werke gegeben und durch diese Werke könnt ihr sehen, dass ich ein treuer Zeuge bin. Sie bezeugen meine Glaubwürdigkeit. Ein treuer Zeuge lügt nicht, auch in seinem Lebenswandel. Sein Lebenswandel spiegelt die Wahrheit wieder, die er verkündet, die er weitergibt. Also Jesus verkündet die Wahrheit und erlebt sie, er zeigt sie in seinen Werken. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Gott hat Zeugnis gegeben, aber ihr hört Gott nicht, ihr seht Gott nicht, ihr habt keine Beziehung zu Gott, so hört ihr, so habt ihr dieses Zeugnis nicht in euch. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Schriften, die Propheten, ihr erforscht diese Worte, die ja Worte Gottes sind, ihr erforscht das, ihr habt es nicht in euch, ihr habt aber die Buchstaben hier stehen und forscht da drin und Jesus sagt, sie sind es, die von mir Zeugen. Also die Schriften sind auch ein Zeugnis für Christus, ein Zeugnis von Gott. Wenn du die prophetischen Schriften untersuchst und ganz genau hinschaust, dann wirst du sehen, die sprechen von Jesus, die sprechen von seinem Wesen, die sprechen von seinem Weg, die sprechen von ganz konkreten Ereignissen in seinem Leben. Du kannst das alles nachschlagen, nachschauen und wirst immer wieder diese Übereinstimmungen finden. Dort wird Jesus bezeugt. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Also Jesus sagt, dass die Menschen Jesus nicht annehmen als treuen Zeugen für die Wahrheit, die universelle Wahrheit Gottes. Warum nehmen sie? Weil sie nicht wollen. Sein Leben bezeugt die Wahrheit. Wenn du Jesus anschaust, dann kannst du sagen, ja, super. Ja und Amen. Das ist wirklich der gute, der einzig wahre gute Mensch. Das ist wirklich der, der perfekt ist, der die Liebe in Person ist. Wenn du dir Jesus anschaust, wenn du dich mit ihm beschäftigst, wenn du ihn betrachtest, dann kannst du sagen, ja, das ist der treue Zeuge der Wahrheit. Aber wenn du sein Zeugnis annimmst, dann wirst du auch zur Entscheidung gezwungen, dann wirst du nämlich vor die Entscheidung gestellt, glaubst du mir, vertraust du mir, folgst du mir nach, gibst du mir dein Leben, lässt du mich Herr sein in deinem Leben oder nicht? Und da sagt die menschliche Natur, die sündhafte Natur, sie merkt, das geht gegen mein innersten, mein innerstes Wesen, ich will das nicht, wir sind Kinder Adams und Evas, wir wollen nicht, dass er über uns herrscht, wir wollen nicht ihm gehören, wir wollen ihm nicht folgen, wir wollen unseren eigenen Weg, aber der eigene Weg ist der Weg der Lüge, der Weg ins Verderben. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Jesus ist mutig, er sagt uns die Wahrheit, du hast die Liebe Gottes nicht in dir, du hast die Wahrheit nicht in dir, du hast das Wort Gottes nicht bleibend in dir, deswegen willst du mir nicht folgen, deswegen willst du mir nicht vertrauen, deswegen glaubst du nicht mein Zeugnis, obwohl es wahr ist. Wir müssen darin nicht bleiben in dieser Rebellion. Wir können unser Herz dafür öffnen und sagen, Jesus, ich will dir folgen. Ich will nicht mehr in der Lüge leben, sondern in der Wahrheit und das ist das Wesentliche, wenn wir treue Zeugen sein wollen und in der Wahrheit leben wollen, dann gilt es sich zu entscheiden. Das gilt es für Menschen, die Jesus noch nie als Herrn ihres Lebens angenommen haben. Ich entscheide mich dafür, diesem treuen Zeugen zu vertrauen, ihm zu folgen. Er hat ja sein Leben dafür gegeben. Er wird bereit, sein Leben einzusetzen für das, was er verkündete, was er offenbart hat. Und so ist es auch mit denen, die ihm gefolgt sind, die treuen Zeugen, die er Arbeiter, die er in die Ernte geschickt hat, die Apostel. Waren sie von Anfang an so? Nein. Petrus zum Beispiel, er war kein treuer Zeuge. Als er gefragt wurde, kennst du Jesus, hat er gesagt, nein, ich kenne Jesus nicht. Dann fragt ihn noch mal eine, sag mal, du warst ja auch mit Jesus zusammen. Nee, nee, ich habe nichts mit dem zu tun. Ein Lügen Zeuge, ein falscher Zeuge, er lügt, er kennt doch Jesus, warum lügt er denn? Ja, um sich zu schützen, oder? Irgendwie um heil aus der ganzen Sache raus zu kommen, weil er Angst hat. Die Angst, die ist es, die uns treibt in die Lüge hinein. Aber Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, bei mir findest du Leben, bei mir findest du die Liebe, bei mir findest du auch die Kraft in der Wahrheit zu leben, selbst wenn es dich was kostet. Denn du bist nicht mehr getrieben von der Sünde, die nur noch um sich selber kreist, oh Hauptsache mir geht es gut, Hauptsache ich bin glücklich, Hauptsache ich bin gesund und munter. Nein, viel wichtiger ist es mir, dass Gott geehrt wird durch mein Leben, weil ich ihn liebe von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all meiner Kraft. Gott ist mir viel wichtiger, die Wahrheit ist mir viel wichtiger, weil Gott die Wahrheit ist, weil Jesus die Wahrheit ist, das ist mir viel wichtiger und ich weiß, wenn ich in der Wahrheit lebe, wenn ich die Wahrheit, dann dient das auch meinen Mitmenschen, sie profitieren davon, wenn ich meine Mitmenschen liebe, aus dieser Agape Liebe, dann rede ich die Wahrheit, weil es das ist, was Menschen auferbaut und es ist mir am Ende egal, ob ich selber Schaden dabei leide und die Wahrheit ist, wenn ich tatsächlich im Licht lebe und die Wahrheit bekenne, Geschwister, so oft erleben wir es, dass am Ende wir die Gesegneten sind, wenn wir ins Licht kommen, die Wahrheit reden, dann sind wir am Ende die Gesegneten. Die Lüge des Satans ist so finster, dass er uns weismacht, wenn du jetzt lügst, wenn du nicht die Wahrheit sprichst, dann wird es dir am Ende besser gehen, dann geht es dir gut, aber das ist eine Lüge, die uns zur Lüge anstiftet. Wir sollten uns davon nicht verführen lassen, blenden lassen. Wie konnte Petrus zu dem werden, was er war? Der Heilige Geist, der hineinkam, der Zeuge Jesus selbst in Form des Heiligen Geistes, der in ihm hineinkommt, die Liebe, die in ihn hineinkommt, ausgegossen durch den Heiligen Geist, das Wort Gottes, Christus in uns. Durch den Glauben an Jesus empfangen wir den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Er spricht die Wahrheit, er bezeugt die Wahrheit in uns und er hilft uns auch die Wahrheit zu bezeugen nach außen hin. Selber Zeugen, treue Zeugen der Wahrheit zu sein. Durch die Kraft des Heiligen Geistes konnte Petrus aufstehen und vor tausenden von Menschen sagen, dieser Jesus ist der Christus, ich kenne ihn, ich habe ihn gesehen, ich bin ihm gefolgt, ich bekenne all das, was er getan hat. Er ist gestorben am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden und er ist auferstanden, dafür bin ich Zeuge und nicht nur ich, sondern wir sind Zeugen dafür. Hier, da sind noch die anderen, Johannes, frag ihn, Jakobus, frag ihn. So sind die Zeugen Gottes zuverlässig, treue Zeugen. Warum? Du siehst es auch in ihrem Leben. Durch die Kraft des Heiligen Geistes hatten sie Mut, die Wahrheit zu bekennen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes hatten sie auch den Mut, trotz Widerstände die Wahrheit zu bekennen. Ja, sogar sie waren durch die Kraft des Heiligen Geistes bereit, ihr Leben einzusetzen für diese Wahrheit. Und das ist das Wort, was Zeuge eigentlich im Griechischen heißt es Martys. Zeugnis Martyrian. Und daher kommt unser Wort Märtyrer. Das ist ein Zeuge, der mit seinem Leben die Wahrheit bezeugt, die er verkündet und bekannt hat. Er ist bereit, sein Leben für diese Wahrheit zu opfern. Ein treuer Zeuge ist einer, der bereit ist, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen für diese Wahrheit. So hat es Jesus getan, so haben es die Apostel getan, so haben es Geschwister über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg getan. Sei es, dass sie tatsächlich sterben mussten um ihres Glaubens willen, sei es, dass sie ihr Leben wirklich hingegeben haben, nur um diese Wahrheit hinauszutragen zu den Menschen, um die Menschen, die in der Lüge gebunden sind, in die Wahrheit hineinzuführen, ihnen diese Wahrheit zu bringen, die frei macht, wie Jesus sagt. Geschwister, es gibt da noch so viel zu sagen, treue Zeugen zu sein, Gott ruft uns auf, treue Zeugen zu sein und das heißt, lasst uns unser eigenes Zeugnis schärfen, dass wir mit der Wahrheit, dass wir es genau nehmen mit der Wahrheit, dass wir uns keine Ausflüchte gestatten, unserem Fleisch, unserem alten, sündigen Wesen, keine Ausflüchte, die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, das soll mein Innerstes sein, weil Jesus die Wahrheit so sehr liebt, will ich auch die Wahrheit lieben und meine innerste Motivation soll die Liebe sein, die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen, deswegen will ich die Wahrheit reden, immer die Wahrheit, auch wenn es mich selber schädigt, wenn es selber zu meinen Ungunsten ausgeht, will ich dennoch die Wahrheit sagen, weil das ist das, was mich freimacht, das ist das, was meinen Mitmenschen hilft und das ist das, was Gott ehrt, wenn ich die Wahrheit rede und ich will aufpassen, dass ich nicht Dinge als wahr verkaufe, die nicht wahr sind, ich will aufpassen mit den Dingen, die ich für wahr halte, ich will sie überprüfen, ich will mir Zeugen suchen, die das bestätigen, was ich als Wahrheit erkannt habe. Ja und ich will aufpassen mit dem, was ich übernehme, Geschwister, so viele Dinge übernehmen wir als Wahrheit. Glaube nicht jedem Geist, sagt Johannes in seinem Brief, glaub nicht jedem Geist, denn nicht jeder Geist geht von Gott aus. Nicht jede Sache, die du zugespielt bekommst, nicht jedes YouTube-Video, was dir zugespielt wird, ist die Wahrheit, nur weil du es sehen kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten zu faken, was? Aber selbst wenn du es anfassen kannst, also es gibt so viele Möglichkeiten zu täuschen und sei kritisch und kritisch heißt unterscheiden und der Geist der Wahrheit, der ist es in uns, der uns hilft zu unterscheiden, der Geist der Wahrheit, der übereinstimmt mit der Schrift, durch die du prüfen kannst, was ist Wahrheit. Lass dich leiten von der Weisheit Gottes darin, wenn du prüfst, was die Wahrheit ist. Mach es nicht auf eigenes Gut Dünken, auf deinen Hirn, weil du ja so ein kluger Mensch bist, erkennst du, was Wahrheit ist und was nicht oder weil du so eine gute Intuition hast. Es gibt tatsächlich Menschen in der Gemeinde Gottes, die durch den Geist Gottes die Gabe der Unterscheidung der Geister haben. Aber pass auf, bilde dir nicht zu schnell und zu früh etwas auf dich ein, dass du meinst, ich hab's, ich weiß es, sondern sei kritisch. Da gibt es ein, zwei oder drei Zeugen, auch andere Brüder und Schwestern, die die Gabe der Geister Unterscheidung haben. Stimm dich ab. Wisst ihr, wir sind so oft so schnell dabei, dass wir Dinge glauben, Dinge übernehmen, für richtig halten und dann wollen wir gar nicht mit Leuten reden, die das vielleicht ein bisschen anders sehen. Lass uns da kritisch sein. Lass uns nicht alles übernehmen, was uns als Wahrheit verkauft wird, sondern lass uns unterscheiden und zwar auf der Grundlage der Wahrheit, die wir empfangen haben. Auf Grundlage von Jesus, der die Wahrheit ist. aufgrund des Geistes, der Wahrheit, den wir empfangen haben. Zweite Timotheus 2, Vers 2, damit schließen wir ab. Ein Vers, der uns vor Augen führt, wie wichtig es ist, dass wir treue Zeugen sind und wie wichtig es Gott ist, dass wir treue Zeugen sind. In Kapitel 2 schreibt Paulus an seinen Jünger und Schüler Timotheus du nun mein Kind sei stark in der Gnade die in Christus Jesus ist und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das was ich dich gelehrt habe, Paulus erinnert Timotheus später in Kapitel 3 daran, dass Timotheus sein Leben geteilt hat, er kennt sein Leben, seine Leiden, all das was er durchlitten hat um des Evangeliums Willen. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, also das war nicht auch nicht eine Geheimlehre zwischen dir und mir sozusagen, sondern das kennen alle, da sind alle Zeugen von. Das Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Gott ist es wichtig, dass seine Wahrheit treu weitergegeben wird und treu heißt, von treuen Zeugen bezeugt wird. Wo sollten die Menschen denn diese heilmachende, diese freimachende Botschaft von Jesus, wie sollten sie die kennenlernen, wenn wir keine treuen Zeugen haben? Und da, wo die Zeugen untreu sind, wo sie sich als Lügen Zeugen erweisen, da wird das Zeugnis nicht geglaubt. Und Paulus hat auch gesagt, Leute, wenn es keine Auferstehung gibt, dann sind wir falsche Zeugen, sagt er. Aber Christus ist auferstanden und er zählt alle Zeugen auf. Erste Korinther 15, könnt ihr das lesen. Er hat all die Zeugen aufgezählt, die unabhängig voneinander den Herrn Jesus gesehen haben als den Auferstandenen. Und er sagt, ich habe das bezeugt und jetzt ist der Ball bei dir, Timotheus. Du sollst auch ein treuer Zeuge sein von der Wahrheit von Christus, dass er gekommen ist, als der Sohn Gottes, um unsere Sünde zu tragen am Kreuz von Golgatha, dass er gestorben ist und begraben wurde und am dritten Tag auferstanden ist von den Toten. Du bist Zeuge davon, denn der Heilige Geist, der der Zeuge ist, lebt in dir. Du hast selbst Auferstehung in deinem Leben erlebt, Erneuerung, neues Leben, ewiges Leben. Und du kannst Zeuge sein. Du kannst ein guter Zeuge, ein treuer Zeuge sein oder ein Lügen Zeuge. Gott will aber, dass du ein treuer Zeuge bist. Deswegen sagt Paulus, suche Menschen, die treu sind, das weiterzugeben, was du von mir empfangen hast. Ermutige Leute darin, treue Zeugen zu sein. Und das habe ich jetzt heute hier getan. Seid treue Zeugen für Christus. Traut Gott und der Wahrheit. Vertraut ihm, vertraut seinen Wegen. Wandelt in der Wahrheit, legt die Lüge ab. Die Lüge ist das Verderben. Es dient nur eurem Fleisch, aber am Ende habt ihr selbst und alle Menschen um euch herum werden dadurch Verderben ernten. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Christi reinigt uns von jeder Sünde. Lass uns so im Licht leben, in der Wahrheit wandeln, wie Christus, wie die Apostel vor uns, die Jünger, die Christen, die in der Wahrheit gewandelt sind. Jesus, wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, dem Geist der Wahrheit, dass du uns stärkst durch deinen Geist in der Wahrheit zu wandeln, dass du uns darin stärkst, unsere Sünde zu bekennen, denn du verurteilst uns nicht. Die Wahrheit ist, dass wir Sünder sind und dass wir vielfältig sündigen. Aber die Wahrheit ist auch, dass du gekommen bist, um Sünder zu retten, um Sünder zu heilen. Die Wahrheit ist, dass wir unfähig sind, aber durch dich fähig werden, Zeugen für die Wahrheit zu sein, treue Zeugen. So bitten wir dich, dass du an uns arbeitest, dass wir dranbleiben, wahrhaftig sind, an der Wahrheit haften und dass wir erkennen, dass es unsere Aufgabe ist, das zu bezeugen, was Wahrheit ist, dass du die Liebe bist, dass du das Leben bist, dass du der Herr bist, dass du gekommen bist und dass du wiederkommen wirst. Vater, wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit diesem Geist der Wahrheit und uns darin stärkst, treue Zeugen zu sein. Amen.